Guido, es ist soweit. Hey du Winzling, weißt du wie rum Schrauben aufgehen? Ich glaube es nicht. Das war der schnellste Reifenwechsel aller Zeiten. Super, Stop, jetzt muss er es nur vor dem Pace-Kam wieder rausschaffen. Das wird ganz knapp. Ja, es wird ein Rennen. Ja, hey! Boxes stoppen. A country of Guido, Klasse!